Mein Orientierungssinn ist To the fullest. So gut wie der von einer Zwiebel. So gut wie deiner Zwiebel Kann ich eigentlich noch Hele machen? Nee Und ich glaube den Desktop Kann ich auch nicht Hele machen, oder? Filter Filter hinzufügen Warum willst du das heller machen? Also ich habe schon relativ hell Ich bin aber auch der Beste Was für ein Filter macht denn Dinge heller? Also bei mir seht ihr jetzt Wie ich hier gnadenlos durch die Wüste streife Und nichts sehe Beim Studia seht ihr jetzt wie er OBS Misshandelt Ich habe den Kontrast Doppel zu hoch gestellt, hat gut funktioniert Jetzt leuchtet zwar die Dingsbar total in eure Fresse Aber ihr seht auch wie ich Kohle abbaue Wie wär's mit der folgenden Methode Du machst Minecraft zu Gehst in den AppData Ordner In den Minecraft Ordner Und gehst da in die Options.txt Und stellst den Gamma Wert hoch Das ist für eine Aufnahme ein bisschen kompliziert Aber wenn du nicht damit klarkommst Dann wärst du vielleicht eine Alternative Als einfach die Aufnahme zu verlassen Ach, ernsthaft Halt doch einfach Deine verdammte Hurensohnfresse Was habe ich dir jetzt schon wieder getan? Ich habe dir einen Tipp gegeben Ja gut, aber du machst es immer so herablassen So Mach doch einfach das, du Vollidiot Ach Ja, wenn du ein Vollidiot bist Kann ich da ja wenig für Ja gut, dann muss ich dir jetzt leider recht geben Ach man Nein, ich mache das lieber so Das sieht hübsch aus Die helle Leiste ist hübsch Du bist nicht hübsch Weißt du, ich könnte eigentlich auch Fackeln planten Aber Du bist nicht intelligent, oder? Doch Ich habe ein Abi Tour Hype Okay Du nicht Das ist ja kein Indikator für Intelligenz Also Ist es Das ist ein Indikator für Intelligenz Du bist ein Indikator für Dummheit Hallo Ich bin zu dir Indikator für Dummheit Schön, dich kennenzulernen What the fuck, ey Hör auf zu schreien Wer denn? Typ in meinem Lied Okay Was hat er dir getan, dass du schreist? Das ist eine Sie Diese Warum sagst du dann Typ? Ich meine es auch nicht Okay, stop it Ne Da unten ist noch Eisen und ein Krepp Das wird der neue Trend Da unten ist ein Kreppow Kreppow Mach die Midline kaputt Ach du kennst Ich liga Nee Alle Menschen, die LOL nicht kennen Sind Hurenöhne Du bist ein Uhrensohn Ja Wer hat an dem Marvin gedreht? Das war das Marvin Drehgerät Wie krank ist das, wenn du so dein eigenes Gerät hast, das dich dreht Es ist echt, ich bin manchmal echt unglaublich beeindruckt über was du dir so Gedanken machen kannst Das Marvin Drehgerät Macht kaputt Bumm Kann man dir helfen? Nein, alles gut, ich lebe noch Noch Ich gebe noch zwei Minuten Ne, wir hatten Oh, worüber Oh, ich bin ja der diskutierendste Mensch der Welt Wir hatten gerade über das Marvin Drehgerät gesprochen Ja, wie sieht denn das Marvin Drehgerät aus? Ich brauche eine Vorstellung für Swamp Hier, nimm einfach ein Glücksrad Okay, ich nehme ein Glücksrad Da setzen wir Marvin rein Und der dreht sich da drin? Ja Okay Das ist das Marvin Drehgerät Vor allem, er setzt sich in das Glücksrad Das heißt, an dem Rad ist ein Stuhl dran befestigt Der sich immer mit rumdreht Du, du verstehst? Okay Äh, wo war das mit den Gamma-Werten? Oh Gott Ja, das mache ich jetzt, mir doch egal Gut, dann seht ihr hier jetzt einmal nur meine Sicht Nein, ich schneide das nicht raus und du auch nicht Ich schneide das raus, mein Freund Du gehst in den Prozent-App-Data-Prozent-Ordner Und dann Prozent-App-Data-Prozent Dann gehe ich so in den Main-Kraft-Ordner Warte, ich bin gerade zu blöd, Prozent zu schreiben Dann gib Dollar ein Geht das auch? Nein Dann gehe ich in den Main-Kraft-Ordner Dann gehe ich in Options.txt Und da dürfte Gamma gleich 1.0 stehen Und da endest du auf so hoch, du willst 3.0 hab ich Und ab 9.0 oder so sieht man keinen Unterschied mehr überall Dann ist einfach alles Tageslicht Ja gut, dann mache ich den Filter eben wieder weg So, ja, tschüss Chroma-Key Schließen Dann starten wir wieder Mine-Kraft Wo ist Mine-Kraft? HANTER! Gesundheit Danke, ich verausgabe mich dabei immer gerne Ich merke schon, du bist echt ein Töfter-Typ Töfter-Typ? Bin ich eine Töfte-Torte? Du bist voll die tolle Torte Die tote Torte Die Torte aller Torten Wuuu! Wow! 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 Jetzt muss ich neu synchronisieren, weil OBS gerade legt, weil ich Minecraft gestartet habe Heißt das, ich muss auch neu synchronisieren? Nein, musst du nicht Oh Gott, zum Glück, ey Sonst hätte ich dich gehauen Ja, ich weiß, ich werde das zwar nachher im Schneiden sowieso vergessen Ich erinnere dich da dran, ne? Oh nein, wusst du nicht Da hat sich gerade mein Maus gezogen Oh mein Gott, es ist hilär Ist das hilarious? Auf selängen, Minecraft, danke Du bist scheiße Was kann ich mir denn jetzt noch aus 12 Eisen machen? Ähm Überlege so hart wie es geht, aber mir fällt nichts ein Mehr Spitzhacken Ich bin einfach zu, 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 zu Du bist zu? Ja, hallo, ich bin zu dir, Albi Oh Gott! Der war so scheiße, ey Alter Da will man nicht eskalieren wollen, ey Ich bin zu mir, Albi Das habe ich gerade nicht gesagt Machst du das Glücksrad dann zu? Machst du den Gurt zu auf Marvins Stuhl? Auf dem Glücksrad? Boah, wie ich mir das Thumbnail gerade kompliziert mache Wieso mache ich das? Alter, Mann Bist du irgendwie blöd? Ne, OBS, was? Wie? Verbindung geschlossen? Nein, nichts geschlossen Du bist dezent, unintelligent, oder? Ne, OBS hat gerade ein bisschen geleckt Ich habe gedacht, vielleicht funktioniert es, wenn ich Minecraft wieder auf den Server neu gehe, aber irgendwie... Nicht Ich muss jetzt aber nicht Minecraft neu starten Hab ich mich gerade erschrocken Warum erschrickst du dich immer? Weil ich ein schreckhafter Mensch geworden bin Achso Wann? Über die Jahre Achso, das Leben hat... Zeige du Ja, wo bist du jetzt überhaupt reingegangen? Ich bin immer noch in so Höhle und ich glaube, ich komme jetzt demnächst wieder, weil ich habe nur noch hier Dingsbums drei Essens Ich komme wieder gerade Vorausgesetzt, ich gehe in die richtige Höhle Das ist gerade ein richtiger Teufelsabgang Halt doch mal die Fresse, ich will was sagen Ich bin nicht aggressiv Ich will jetzt mal das Zeug bergen, was ich habe, deshalb gehe ich jetzt kurz raus Achso, ja, ich bin mit meinem Kram schon fertig Wir machen unsere Sachen jetzt alleine immer Anscheinend Ne, lass jetzt wirklich mal was Ich wollte einfach mal ein bisschen Ressourcen sammeln, das ist mal ein bisschen was halt, aber lass dann wirklich Dinge zusammentun Ja, ja, ich hole nur gerade noch Eisen aus einer Höhle, in die ich gerade reingerannt bin Das sah einfach aus wie der Abstieg zur Hölle oder so Oh, ich muss Inventory Tricks noch installieren Warum hast du... warum willst du das noch installieren? A B Alter, äh Ja? Ich will ja nichts sagen, aber ich stehe in der Luft Was? Hä? Ja Wo? Ähm Ähm Ja Z259 Äh, Z-72 Y62, wenn ich Y interessiert Ich kann aber auch einfach den Screen-Touch schicken, den ich gemacht habe Weil ich wäre hier... Ne, ich sehe es doch dann eh in der Sicht, ich zoome das ja hoch Okay Ich habe jetzt gerade einen Block unter mir Das lag daran, weil der Sand irgendwie runtergefallen ist und dann... ja Äh, very impressive Wie schaffst du sowas eigentlich? Ich dachte, sowas kriegt nur Marvin hin Ich bin Marvin 2.0 Oh Gott, also doch ein Together mit Marvin Nein, mit Marvin und Zidia Marvin Let's Playt gerade auf dem Glücksrad Ja, willkommen Jetzt muss ich ihm noch einen Laptop auf den Schoß photoshoppen Ach, viel Spaß, ich mache einfach einen Penis auf Thumpe und Titten Oh ja, geil Deinen Penis und deine Titten Ähm Äh, hast du eigentlich... Du hast doch gesagt, du hast auch Essen gefarmt und so, oder? Ja, neun Stück Hast du das dabei oder irgendwo eine Kiste gepackt? Ich habe es dabei Okay, dann muss ich jetzt eben suchen, weil ich habe nur noch zwei Hunger Mensch, Dings, Bumses Hier Das Essen Die Das KUH Das war... das klang gar nicht krank, nein Ich weiß auch nicht, warum die Aufnahme gerade nicht in 60 FPS läuft Also auf OBS Das tut sich hoffentlich irgendwann wieder Ist mir jetzt egal Ja 60 FPS werden aber auch einfach überschätzt Eigentlich nicht, aber Das, das Das hat hin und wieder Das hat das letzte Mal auch immer hin und wieder gelegt Das geht schon wieder So, jetzt ist die Frage, wo du bist Ich gehe gerade auf den Berg hoch Weil ich da eine Kuh gesehen habe Die ich töten will Dann gehe ich auch auf den Berg hoch Ob es jetzt dir Gleich Gesund Äh, geht's dir Ist alles okay? Ich habe Essen Und es läuft wieder 60 FPS Und ich bin hinter dir Lüg nicht Hi Geil, Mann Kannst du das Essen bitte mir lassen? Ich habe nur noch einen halben Ja, ja, ich wollte nur gucken, ob ich meins dazu stacken kann Aber das geht schlecht Warum mache ich ja immer so komische Geräusche? Weil du komisch bist Das könnte sogar stimmen Kuckuck Du darfst übrigens alles in diesem Spiel töten, außer Wölfe Danke Auch dich? Alles in diesem Spiel, außer Wölfe Ja, du bist doch kein Wolf Ja, doch Nee Doch Nö Doch Dann töte ich mich jetzt selber Tschüss Tschüss Ich habe mich zwar nicht selber getötet, aber selber beschadet Aber das lag an den Lags Das hat man in meiner Aufnahme voll gesehen Und du hast dich schon immer selber beschadet What the fuck? Wobei? Bei allem Bei, bei deiner Existenz Das macht keinen Sinn Doch Total Das ist das Sinnvollste, was ich in meinem Leben jemals gesagt haben werde Oh, Futur 2 Der kann Futur 2, Leute Das ist ein intelligenter Mensch Ich kann sogar Futur 3 Das gibt's nicht Doch Nee Doch Dann sag mal Futur 3, du wirst geschlagen Nee, fuck Futur 2 ist, du wirst geschlagen worden sein Futur 3, du wirst geschlagen worden war Vergessen Sie den Superlativ Jetzt kommt der Ultralativ Steigern Sie alles so schnell, dass es mit Scheiße aufhört Er ist der schnellste Läufer Er ist der scheiß schnellste Läufer Wuuu Alter Da vorne sind einfach 50 Skelette Ich muss dir nachher das Video dazu zeigen Nee, bei mir sind gerade Alter Ich meine auch nachher Alter Alter Ich komme Alter 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 Das sind einfach zwei Skelette Oder Noch mehr Das sind mehr als zwei Ich rätte dich Ich rätte dich Ich rätte 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 Wolltest du mal sterben, du Kackvieh? Ich hasse Skelette in der 1.10 Warum hält das so viel aus? Ich bin mal weg Hallo Meine Knochen Ich habe einen Bogen gefunden Guck mal, der kann schießen Bumm Alter Ich dachte gerade, das hätte mir mehr Herzen abgezogen Aber stimmt, wenn man hier ist, regeneriert man ja viel schneller Ja Das macht Goldäpfel irgendwie Und Motorrad Sinnlos Nein, ich habe gerade das Video im Kopf Das muss ich dir nachher zeigen Motorrad Du willst mir ziemlich viele Sachen heute zeigen Ja, das ist doch nur dieses eine Video Warum mache ich mir überhaupt die Arbeit, diesen Creeper zu töten? Warum? Machen wir eigentlich 20 Minuten folgen, ja, ne? Nein, 16 Warum 16? Nee, ich mache 20 Nee, 17 20 ist, obwohl, wenn wir jetzt eine Weile aufnehmen, dann ja Aber 20 guckt keiner 17 aber, oder was? Ja, 17 schon eher Dann nimm 15 Ja, dann, aber ich bin, aber 17 ist doch eine tolle Zahl Ich mag 17 17! Ich bin ein Seminar-Kurz Wir können auch 23 nehmen, die Zahl der Illuminaten Nein, die Zahl der Illuminaten Die Zahl von Deutsch Die ist Marvin Marvin ist keine Zahl Marvin hat nämlich weder Nenner noch einen Zähler Obwohl eine Zahl nicht zwingend einen Nenner und einen Zähler hat Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Bruch, ne? Ja, du bist ein Bruch Marvin ist ein Bruch Ja, das ist nur eine halbe Portion, ne? Marvin ist eine halbe Portion Jetzt muss ich so einen halben Marvin Oh, was mache ich eigentlich mit Marvin auf den Thumbnails immer? Ja, ich glaube es Er ist hier nicht recht, aber er kommt auf jedes Thumbnail Ja Er kommt in jedem Part vor und ist in jedem Part aufs Thumbnail Aber er tut nichts dafür Doch, er existiert, das reicht Das ist eine Produktplatzierung Ja, Marvin bezahlt uns dafür Jetzt müssen wir das aber auch kennzeichnen, ne? Ne Sonst kommen alle und hassen uns Wie alle anderen YouTube, die sowas nicht kennzeichnen Ich kennzeichne das nicht Ich kann gerne mit dem Hate leben Echt nicht Du bist aber auch scheiße Nein, ich bin einfach ein positiver Mensch Du bist scheiße Hilfe, da hinten sind zwei Hexen Oh shit, ne, 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 ne Du hast den Tod verdient Du hast gesagt, ich bin scheiße Das darf man nicht sagen Ich farm jetzt Spinnen für einen Bogen Ich hab einen Bogen Ich brauch aber noch einen Und ich will mir den zusammen craften dann Ja, sollen wir eigentlich mal irgendwas Produktives machen? So wie mein Haus bauen Oder meine Farm anlegen Oder mein Kack Ich renne halt gerade Etwas unorientiert auf Berge hoch Hinter mir war was Alter, das ist ein Prank Das ist ein Prank, Prank Wo bist du eigentlich? Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wo bist du eigentlich? Nimm nichts Kannst du mir kurz deine Koordinaten geben? Ne, ich überlebe das Hoffe ich Alles klar Nein, ein Spinnenauge Heilt mich nicht hoch Ich weiß, sehr intelligent von mir anzunehmen Das ist etwas, was mich vergiftet Mich heilt Ich sag dazu einfach mal gar nichts Oh Gott, ich brauch irgendwas zu essen Ich hab was zu essen Halt mich das hoch Äh Nein Äh Ach komm Da fuck Ach komm Ich würde gerne das Schwein da hinten töten Aber das sind einfach Zwei Milliarden Monster da fuck Ich hab meinen Bogen zusammen Wie wär's denn, wenn wir kurz schlafen, schlafen tun? Das kannst du vergessen, weil ich nicht in der Nähe vom Bett bin Ja dann Äh Hast du dein Gesicht dabei? Nein Ja du dumm Ich hab mir jetzt aber einen Bogen gecraftet Du dumm Ich hab aber keine Pfeile dabei Fuck man Ich brauch richtiges Essen, um hochzuhielen Ich hab leider auch nichts mehr, ne? Da kriegt der erstmal keinen Knockback Der Sack Der Pimmelberger Wie ich hier gerade richtig in so einer Notsituation bin Ohne was dafür zu können Äh Ja wo bin Ach